willkommen zurück zu einer weiteren runde fallout 76 so ja heute nur ein mausie pups ja die anderen haben heute alle keine zeit bezüglich ich habe schon wieder schlechte zeiten zum aufnehmen ausgesucht du weißt doch dass ich das gerade wegen dir gemacht habe diese zeit gewählt weil ich dich hier immer so selten im lp habe aber dann sagt man nicht leider zum glück so stimmt gehen wir heute noch mal auf die ganzen sachen hier ein heute ist töte zehn grubenhauer ein event gekochte mahlzeiten deswegen bin ich hier schon halb abgehungert den fleischsternchen die stufe und bodenwände und dach in camps oder werkstätten so und da ich mir jetzt überlegt habe meine jetzt hier eine soße vorher und wollte jetzt hier noch mal ein bisschen blei klauen ein paar gewichte mitnehmen glaube ich jetzt fett überladen da ich sie jetzt auch noch rolle band immer diese rolle wenn da schlimm 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 so dann gehen wir jetzt aber kurz zum kleinen camp da hinten legen das ab ach so ich kann ja jetzt essen haha ich bin ja jetzt in der aufnahme so einmal trinken denn hier gegrillten ratisch weichschale dann haben wir hier noch ein maulwurf fleisch das könnte gleich mal durchkochen kakerlaken fleisch dann hätten wir es fertig und ich habe verdorrt das essen noch rumliegen hier und gemüse dann wollen wir mal schicken soll das hier noch mal kurz durch brutzeln so einmal schön die reste und dann kriegen wir auch alles auch wieder auf satt standard hier so maulwürfe und tana fertig so stimmt ich wollte das jetzt hier einmal ablegen denn brauchen wir aber trotzdem noch einmal zucker denn ich möchte jetzt cranberry soße herstellen das heißt ich brauche wieder so ein bisschen zucker vorrat genauso wie vorkriegsgeld und baseball schnaps pflanzen wo seid ihr da hinten waren noch welche so dann machen wir hier erstmal schnaps schnaps weiter hoch war nichts mehr also wieder runter so mal gas geben hier ich habe diese dornbüsche allmählich verdammt satt ja dann lauf doch nicht immer die dornbüsche mensch so hier nochmal na komm dann brauchen wir gleich nur noch cranberries und den rest habe ich dann auch im camp und zucker dann auch hoffentlich lange wieder als reserve automatische warnung an alle responder außer kontrolle evakuiert die zivilisten und schaltet die aufseher auf sobald sie erledigt sind müsst ihr den server neu starten noch einmal ja schon wieder schlimm so dann haben wir die letzte schnaps pflanze dann probieren wir sie mal mit verstecken na klappt und dann gehen wir hier oben einmal zum arnhold und holen uns mal cranberries und wir hoffen dass wir dann mit ein bisschen soße rum eiern können weil meine ganzen küchlein sind mittlerweile langsam alle weg entweder gefressen oder verdorrt so einmal mischling hier auch wenn wir sie brauchen gut dann gucken wir mal sind die eigentlich müssten eigentlich wieder da sein ja sind wieder da wunderbar böse zecke ne die hat sich nochmal überlegt zu explodieren bis heute so wieder so konzentriert maus ich bin dann gerade meine waffen um ach so so was schlimmes tust du ja und da ich push to talk habe wäre damit ich überhaupt gehört werde weil ich so eine leise stimme habe und ich nicht jedes mal beim benennen dann immer eine taste verstehst du also ja 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 ok bin aber sofort wieder richtig da ja dann lass ich dich erstmal in ruhe benennen dann fühle ich jetzt halt äh selbst gespräche das kann ja sein so gut ja ich kann ja auch gleich reden nee mach dir keinen stress mau wir haben ja jetzt heute ein bisschen äh mehr folgen wieder in planung ja ich glaube nicht dass ich innerhalb von zwei folgen selbst mit cranberry soße dick level abschaff das ist wohl wahrscheinlich unwahrscheinlich ich denke mal so in der dritten folge und eine folge werde ich dann noch dranhängen um halt nochmal einen vortrieb zu kriegen um wieder nur auf zwei danach zu kommen naja mal gucken wobei eigentlich wir haben jetzt auch noch danach die wöchentlichen wieder drin naja mal gucken was da denn auf uns zukommt ach halt ich brauche ja Gemüse noch zum ernten hier meine Kürbisse sonst wird das mit dem kochen nöscht jetzt wo ich meine Rüstung genannt habe dürfte es mir eigentlich nicht mehr passieren dass ich meine Schlippi wieder wegschmeiße aus Versehen Passiert trotzdem nochmal der turtle perk der greift dich einfach so an weißt du und dann hast ihn einfach ausgerüstet und dann zack ist es weg so dann war das unser pflanzen zugel Machen wir mal ein bisschen mehr zugeln so was war dann noch ähm warum wird es mir nicht angezeigt cranberry soße was fehlt noch stimmt es war abgekochtes wasser ich hab's wasser vergessen ich hab's wasser vergessen egal im zuckerwasser sind das Voletariat unsere Arbeit endet nie ich denke immer so aufbereitet das wasser geht kannst du mit allen kochen so hab ich mir als Moment ich hab doch hier unten einen äh kleinen fluss da kann man doch auch mal kurz hin warum hast du denn das dir so umständlich ne wieso nimm doch das waschbecken das waschbecken kann das kann das wasser herstellen oder was ich hab's mir noch nicht aufgestürzt ja schmutziges wasser echt deshalb hab ich doch letztens gesagt äh privat ruhig denn dass ich das cool finde dass das waschbecken okay wo war denn das drunter maus äh ja gut irgendwo drunter wird's schon sein ich werd's hoffentlich schnell genug finden hm waschbecken das gibt halt so viel jetzt wo so viele leute zurück sind könnte das unter wasser sein ich glaub ihr hat auch wasser gemacht ja das ist unter wasser ja aber das problem ist ich hab halt kein campbudget mehr das braucht auch kein anschluss oder so ist einfach nur hinstellen und du kriegst was kurioserweise was aber auch gut ist aber auch schnell wasser weil ich brauch jetzt viel wasser ja ja ich fand's jetzt ok also schneller als mit der wasserpumpe glaub schon ja probieren wir es mal aus weil die wasserpumpe nutze ich ja eigentlich immer nur offscreen wenn es dann halt äh ne keine eile ist keine eile ist aber im lp dann halt ist halt immer wasserpumpe sehr sehr doof dann stehe ich jetzt mal hier hin und dann gucken wir mal es dauert genauso lange wie mit der wasserpumpe ja kam mir nicht so vor also ich hab jetzt drei schmutzige wasser was nur drei schmutzige wasser ja das dauert zu lange also es ist halt nur eine wasserpumpe in hübsch na gut die kann ich ja trotzdem hier stehen lassen ist ja nichts schlimmes so schade ja ich dachte ich hab dir jetzt voll den geilen trick gezeigt ja das wäre wenn das jetzt genau so schnell geht als wenn du jetzt sagen wir mal ans wasser gehst oder so und dann kurz sammeln tust ok da hinten sind auch meine raider aber ich hab ja noch einen anderen trick ich nutze einfach jetzt dein camp hehehehe weil du bist ja am wasser spart mir die kronkorn achja wegen wegen den gemeinschaftlichen teams ich hoffe du hast eine tür aufgelassen dann kann ich deine kochstation noch benutzen hehehehe ja deine haustür ist offen ich lass die glaube ich immer offen weil das hier geht jetzt deutlich schneller mit dem sammeln weil so schnell wie ich er drücke kriege ich halt auch wasser so und jetzt habe ich in derselben zeit 49 äh wasser schmutziges gemacht so reicht jetzt auch jetzt verkochen wir das hier einmal einmal hier zweck empfremdet aber nicht werflich wer beckert nicht draußen besser hingestellt das sieht jetzt hier so voll aus ja ich weiß nicht das gefällt mir alles nicht mehr so wie es da alles hingestellt ist und denk dran du kannst jederzeit umdekorieren ne hält dich niemand auf ist mir alles zu voll nochmal und fertig so jetzt kann ich auch cranberry soße machen brauche ich zwar denn jetzt wieder kürbis aber das ist nicht so weiter schlimm dann werde ich sogar ach ich kann ja deinen kühlschrank gar nicht benutzen oder ne ich muss doch nochmal nach hause ich muss den kühlschrank benutzen boah ich bin heute nur am hin und her porten kühlschrank ich habe noch nichts anständiges gemacht ich habe jetzt nur für cranberry soße jetzt zehn minuten hier irgendwo verschleudert ja und ich bin nach sitzen schon wieder oder immer noch schon die ganze zeit schlimm die lehrer sind auch schon tot ach die lehrer sind auch schon tot oh man äh wo wollte ich jetzt hin nein da wollte ich nicht hin ich wollte zu meinem kühlschrank so und jetzt gehts zu oben warum habe ich hier bärenmentets drin weiß ich auch nicht so da wollen wir gucken wo haben wir das cranberry cranberry soße ich mache jetzt mal drei stück rein dann versuchen wir mal die ganzen cranberries kalt zu halten wunderbar so kann ich jetzt auch den rest zucker hier reinlegen äh scroll 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 ja komm wenn ich jetzt sowieso schon nur am kraften und hin und her machen bin dann mal jetzt hier auch wo haben wir es schmelzen da den ganzen müll nochmal in dünger schmeißen das ganze weg hier dann gucke ich hier nochmal rein wegen zecken und so zecken blutsack kann ich wieder einmal gebrauchen stachel bräuchte ich eigentlich davon habe ich sowieso 3 zu viel so das heißt das kann auch weg dieses land muss steigen und der boxeinschuh noch eieieiei so jetzt können wir auch endlich anfangen mal gucken ob ich jetzt noch die questen hinkriege so dann steigen wir jetzt nochmal in die lautlose baggerrüstung alias liberty prime klammern sarkasmus oder nein das ist wirklich also ich hab wirklich hier kann ich auch nochmal zeigen äh hier bagger hinstellen also ich hab auch wirklich den lautlosen drauf wo haben wir jetzt den helm da lautlos modus der nicht funktioniert immer noch nicht ja also spricht er ja doch eigentlich sollte er aber lautlos sein also in klammern sarkasmus ja also es gibt ja zwei verschiedene hemmen und beide egal welchen sind beide nicht lautlos das hatte ich ja gestern noch mit disturb ausprobiert ja er hört es auch noch also es ist noch nicht mal nur für ihn oder so naja warum willst du es denn lautlos haben ich will es nicht haben ich finde es halt bloß wenn man halt sagt ja hier das ist lautlos dann sollte es eigentlich auch lautlos sein oder nicht ja es sollte eigentlich dann auch funktionieren weil das haben sie jetzt schon dreimal in die patch notes reingeschrieben aber jedes mal nö so die jäger genau komm nimm wir ja bocktaum wieder ein weil da sind auch gleich wieder die jäger und hab ich jetzt hier wieder einen mottenmann oder so um drauf ich hab mein rucksack mottenplüsch genannt mottenplüsch du bist auch so ein mottenplüsch ist doch der mottenrucksack mottenmann rucksack weißt du jetzt hast du kuchen erwähnt jetzt hab ich bock auf mama kuchen ja schon wieder der schokoladen gedöhnt okay mhm 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 so wo ist denn der zweite da hinten Ach, da steht noch einer. So, dann kann ich schon mal einnehmen. Dann nehmen wir uns hier nochmal alles mit. Und ich würde dir sagen, komm einfach zu mir, dann kannst du kurz deine Sachen hinstellen. Aber, ja, funktionieren leider nicht. Meinst du das? Na hier, ich nehme gerade Bocktown wieder ein. Achso, das meinst du. Haben wir heute wieder eine Queststelle, irgendwas hin und so. Ja. So, und da ihr gerade hier wieder so schön friedlich sitzt. Wo habe ich denn meinen Trauben-Mentets? Nehmen wir mal hier alle rein. Hier haben wir den Jäger. Weg mit dir. Halt. So, nochmal. Den haben wir. Das ist legendärer Raider sogar. Klar kannst du helfen. Weißt du was? Hör mal. So. Sag Roxy. Und ich will bloß reden. Ich hab schon mit... Ich will bloß reden. Nach Foundation. Wunderbar. So, wo ist der legendäre jetzt hin? Bewegung. Wann noch nicht weg sein. Hier. Sorry. Ja, gut, dass du das noch nicht kapiert hast. So, dann machen wir hier gleich... ...noch ein bisschen was Aufbau. Boden, Boden, Boden. So, kann man auch mal ein bisschen Beton hier hinklatschen. Ah, ich hab mich eingebaut. So. Auch das ist fertig. Nochmal 250 plus. So, was haben wir jetzt noch? Schließe die Events ab. Eine höhere Stufe. Und Grubenhau-Ries. Gut, kann ich mich erst mal um den Rest kümmern. Roxy haben wir fertig. Das heißt, hier hinten einmal... ...Grubenhauer und Peilsander peilen. Nicht? Hm, doch. Gasko ist nachgedacht. Ich muss mich wieder ein bisschen mehr abgeben. Okay. Okay, wunderbar. Habe ich hier auch gleich schon mal... Okay, der Hund hat mir eigentlich nichts getan. Jetzt habe ich ihn trotzdem weggemacht. Der war weiß. So. Das Visier haben wir auch. Dann nehmen wir hier auch nochmal Pumpgun und Co. mit. Scheiße, das ist nicht gut. Finde ich auch nicht. Finde ich auch nicht. So. Na, fünf Grubenhau-Wies habe ich schon. Dann werden wir auch mal bis hier hoch. Vielleicht dürfte es ja komplett rausreichen. Okay, da schießen sie schon alle auf mich. Zwei brauche ich noch. So, rein. Dann wird das nächste fertig. Und Vault-Tapen-Lunchbox. Na, aber. So. Flup, flup, flup. Einer ist noch hier. Ich höre dich doch. Ach, zwei sogar noch. So, euch nehme ich jetzt nur mit aus Solidarität. Gut. Dann hauen wir hier nochmal alles in den Schredder. Ein Breitseiter. Oh, komm. Dann hauen wir die Traglast wieder. Ich werde schon langsam leichter. Ne, ich auch gerade. Nur durchs Kaputtmachen. So. Äh, was haben wir da? Öffne den Spind des Bergarbeiters. Nein. Am besten ist... Was hatten wir da jetzt? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Mist. Ich gehe trotzdem hin. Einmal kurz verteidigen. Warum auch nicht. Möchtest du mitverteidigen, Bogtan? Ist ein Event, ne? Ist ein Event. Und es wären... Angler. What the heart. Okay, schon direkt. Und leuchten den Nebelstrücher. Eliminiert. Ist das schon draufgeportet? Ja. Gut. Meine Kampfplattform hier. Mist. Schon wieder nachgeladen. Oh, der hatte sogar noch was bei. So, wo sind denn die Angler? Ach, da ist noch ein Angler. So, bin da. Na, schon fast vorbei hier. Mit der ersten Welle. Täglich das Herz des Feindes. Wo sind denn die Angler? Anglelein gegen allein. Ich habe hier einen. Genau, da, da, da. Ach, da. Oh, der Kopf ist weggeflogen. Ui. So muss das. Hier liegen nur tote Supermutanten. Irgendwo muss noch einer sein. Na, auf jeden Fall piepst hier einer. Ah, hier hinten. Ich habe den letzten. Kann gleich die nächste Welle kommen. Töte Kryptiden. Das ist, äh... Angler immer noch als Kryptide zählen manchmal. Ist... ... ... ... ... Nächste Wellen kommen. Ach Mist, ich wollte gerade was fragen. Frag? Oh, ich habe hier was legendäres. Komm mal. Der lässt mich nicht den anderen looten. Oh. Dich darf ich wegmachen. Der ist nicht legendäres, der andere. Ich habe ihn angeschießt. Der wird einfach nur noch draufgehalten hier. So, Kryptiden. Jawohl. Ne, amphibische waren es. Nicht Kryptiden. Die ich jetzt fertig habe. Es fehlt nur noch... ...und schließe den Event ab. Ja, ob ich auch. Ich höre das gerne so bluckern. Tiden ist ja jetzt erst bei 41. Wunderbar. So, dann können wir aber trotzdem noch... ...hab ich es ja doch nicht ganz geschafft. So, Schnucki. Ja, Moment. Ich mache gerade das Board leer. Ich habe nämlich noch zwei Sachen, die ich mir zuweisen kann. Was los? Hast du mal eine Granate? Eine Granate, klar. Orbitalschlag? Das sind die Granate nicht. Nicht, äh, Krach, bumm. Enter. Plasma-Granate? Splitter-Granate? Oh, Splitter. Ja. So, da hast du jetzt drei Splitter-Granaten. Und was ist jetzt... Was willst du damit jetzt? Das zeige ich dir. Ja, du bist auf Sendung, ne? Ist auf Sendung, achso. Ich weiß aber, was du vorhast. Und deswegen wolltest du auch keinen Orbitalschlag haben. Mist. Wieso? Bums. Kein Strike. Mist. So, einen hast du umgefecht. Du hast aber noch zwei Würfe. Auch wieder Ninite. Also, bei mir ist keiner umgeflogen. Ja, bei mir auch nicht. Ein Versuch hast du noch. Ich glaube, die können gar nicht so weggesprengt werden. Moment. Moment. Doch, das geht. Aber dort ist auch kein Strike. Doch. Ich habe ja auch mit zwei Kugeln gleichzeitig geschossen. Weil einer schon nur gefehlt hat, deshalb hast du keinen Strike. Achso. Ja, den habe ich ja eingesammelt. Na gut. Dann machen wir jetzt hier aber an der Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.